Katzen sind ja durchgeknallt, die sind ja total bekloppt. Warum? Ja, die drehen ja durch. Es gibt so viel... Erstmal kotzen die den ganzen Tag, das ist ganz schlimm. Also, ja, die lecken sich irgendwie... Die sitzen irgendwo rum und dann gerade noch... Mau! Und dann putzen die sich und plötzlich... Hu! 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 Und dann riechst... Ah, nein, da muss wieder los, rennen, aus. Kann ich immer davon ab, ob man ihnen das richtige... Futter gibt? Fressi gibt, oder? Nein, die lecken sich ja. Also, die... Die können das. Ich würd... nein. Also, die Katzen machen das... Und da kommen ja immer so Fell, so Haare lecken die ja, schlucken die mit runter und so. Das kennst du ja bestimmt. Und das... Und dann muss das ja irgendwann wieder raus, weil die können das nicht so gut verdauen. Hu! Hu! Und wenn die alt sind, so wie meine, dann können die auch nicht mehr so dieses normale Futter, dieses... Es darf man jetzt nicht... Also, es klingt wie Eckis. Also, dieses, weißt du, diese... Die quellen dann auf... Also, es... Hu! 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 Kommt in einem wieder raus.